so habe ich unterwegs und zwar mit der 360 grad kamera um euch mal zeigen zu zeigen wie sie am morgen aussieht so kann jeder selber wählen wo er hinschauen möchte ja hier am morgen ja man hört die arbeiten hier vom Costa Melaneras ja und solche Toon ja und solche Toon